So, heute, ihr seht schon, wieder mal eine Holstermischung am Start. Wir werden heute den Eiskaktus von Holster mit dem Kiwi Punch von Holster mischen. Vom Kiwi Punch habe ich jetzt gerade noch so einen kleinen Rest übrig. Ich denke, das wird gerade so für Halb-Halb-Bauen reichen. Wir werden das Ganze heute im Huka John Harmony SOMO Edition bauen. Natürlich mit dem Harmony, wieder mit dem Lotus 2. Ja, ich habe gerade gesehen, ich habe mich hier etwas angemalt, sieht auch schön aus. Ja, dann lege ich gleich mal los mit dem Kopfbau und zeige euch danach, wie ich es gebaut habe. So, sieht nun der fertig gebaute Kopf aus. Wie immer, leicht angedrückt. Ich habe jetzt wieder etwas Abstand zum Rand gelassen, damit der Durchzug stimmt und man trotzdem noch Knoppenkontakt mit dem Lotus hat. Den Lotus werde ich wieder ganz kurz vorheizen und dann sehen wir uns auch schon wieder beim Fazit. So, dann komme ich auch schon wieder zum Fazit. Ihr seht, die Rauchentwicklung ist mal wieder 1A, wie bei Holster eigentlich immer. Auch in dem Setup hier mit dem Huka John Harmony und dem Lotus 2 funktioniert das 1A. Auch die Mischung ist sehr, sehr lecker. Holz, Eis, Kaktus und Kiwi Punch habe ich ja auch schon öfters vorgestellt. Die mag ich sehr, sehr gerne einzelne und auch gemischt. Sehr, sehr lecker. Ich kann jetzt nicht sagen, was da im Vordergrund steht. Das ist wirklich eine Mischung aus beiden. Also, schön süss und noch etwas frisch. Mag ich extrem gerne. Und ja, dann war es das für heute. Ich wünsche euch allen noch einen guten Rauchen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis zum nächsten Mal.